Immer diese Gedenktage. Am heutigen 5. Juni ist Weltumwelttag. Für mich ein trauriges Datum. Traurig, weil wir immer noch einen Gedenktag brauchen, um uns die Klimakatastrophe ins Gedächtnis zu bringen. Traurig, weil die großen Luftverschmutzer und Umweltzerstörer auf der ganzen Welt einfach so weitermachen können und wir alle machtlos zuschauen müssen. Traurig auch, weil ich selbst klimaschädlich lebe. Manchmal kann ich nicht anders und manchmal bin ich einfach nur zu faul. Für mich ist der Umwelttag ein trauriges Datum, weil wir diesen Tag immer noch brauchen.